Das Coronavirus hat uns alle überrascht. Niemand konnte sich Anfang 2020 vorstellen, dass unsere Freiheit von heute auf morgen so plötzlich eingeschränkt werden würde. Diese Maßnahmen hat den ganzen Tourismus und die damit zusammenhängenden Branchen schwer getroffen, so auch den Fernbusreiseverkehr, welcher in Österreich komplett zum Erliegen kam. Trotzdem halten wir alle zusammen und werden auch diese Krise gemeinsam überstehen. Wir, die Firma Hele Reisen, wollten uns mit dieser Situation nicht abfinden. Natürlich ist uns die Sicherheit und auch die Gesundheit unserer Kunden wichtig. Um dennoch schnellstmöglich wieder sichere Busreisen zu ermöglichen, haben wir mit dem global führenden Hersteller von Filtrationslösungen, die Firma Freudenberg Filtrationstechnologie, dem österreichischen Forschungsinstitut, OFI und dem Bushersteller Averbus ein Forschungsprojekt angesetzt. Mit dieser Zusammenarbeit ist es gelungen, das europaweit erste Busfilterkonzept, das neben der normalen mechanischen Filtration auch eine Inaktivierung der Viren an der Oberfläche bewirkt. Freudenberg Filtrationstechnologie entwickelte eine Filtrationslösung, welche speziell auf die Belange der Busbetreiber angepasst wurde. Diese Lösung besteht aus drei Filterstufen. Die Stufe 1 sorgt für die Filtrierung der Busfahrerkabine über die sogenannte Frontbox. Mit der zweiten Stufe wird über die Umluftfilter die Kabinenluft in die Dachfilteranlage ausgeleitet und filtriert. Die dritte Stufe ist für die Reinigung der zugeführten Frischluft über die Dachbox zuständig. Darüber hinaus ist es möglich, mit diesem System im Umluftmodus bis zu 90% aller Viren in der Kabinenluft zu inaktivieren. Im neuartigen Filterkonzept werden selbst kleinste Partikel und Aerosole als Träger von Referenzviren nicht nur abgeschieden, sondern dank dieser Polizeischicht auch inaktiviert. Jede Filterstufe trägt hierbei Filtertypen, welche mit speziell ausgewählten Fruchtextrakten behandelt sind und natürliche Selektions- und Abscheidungsprozesse nachempfindet. Das Österreichische Forschungsinstitut wird diese Filter im Rahmen des Forschungsprojekts Vorarlberg forscht für Österreich auswerten, die Wirksamkeit bestätigen und ein offizielles Prüfsiegel erlassen. Die Firma Freudenberg stellt für dieses Forschungsprojekt Filtersätze für bis zu 70 Busse in der Region Vorarlberg zur Verfügung. Mit dieser innovativen Filtrationslösung wird das Infektionsrisiko auf ein Minimum reduziert. So können wir mit unseren Reisegästen wieder sicher und gesund reisen und wir freuen uns, Sie wieder an Bord unserer Busse begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wieder sicher und gesund reisen ist jetzt und in der Zukunft wieder möglich.